Und damit willkommen zurück zu Commander in Conquer 3 Tiberium Wars im Live-Let's-Play. Auf nach Kasabat. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe den Kontakt zu den Zone-Troopern verloren, mit denen sie sich bei der Chemiewaffenfabrik treffen sollten. Sie sagten, sie hätten etwas gefunden, dann fielen Schüsse, dann war die Verbindung gestört. Sehen Sie schnell nach, was passiert ist, Commander, und schalten Sie die verdammte Fabrik aus. Das ist ja gut. Haltet die Waffen bereit! Vorrücken! Der letzte Funkspruch der Zone, angegriffen. Melden uns zum Dienst! Ja, Sir! Geheimdienstaktualisiert! Marschbefehl bestätigt! Neue Bauoptionen! Ausbildung! Zerstören wir ein paar Fahrzeuge! Geheimdienstgarten aktualisiert! Raketentrupp einsatzbereit! Ah! Initialisiere Videoabred! Raketentrupp einsatzbereit! Commander, das Ziel ist nun doch keine Chemiewaffenfabrik! Sie entwickeln etwas mit Tiberium! Schalten Sie die Anlage aus und versuchen Sie genaueres herauszufinden! In dieser Fabrik werden aller Wahrscheinlichkeit... Ich habe Ihre Code! Mittel! Bau unterbrochen! Abgebrochen! Ich habe Ihre Code! Ich kümmere mich um alles! Und sieben Informationen! Ich habe ich Feuerschutzweise! Ich habe, was ich brauche! Dann nach rechts! Ist der Weg sicher? Was brauchen Sie? Roger! Neues Bonus-Ziel! Trooper! Feindliche Einheiten in Sicht! Kleinigkeit! Wir brauchen Raketentrupps, um diese Venoms loszuwerden! Einheit befördert! Geheimdienstdaten aktualisiert! Unterwegs! Verstanden! Links ist das nicht wie ein Mod, wo die Einheiten an diesen Sachen zerstört werden! Einheit abgeschlossen! Unsere Basis wird angegriffen! In Jinbo zum Teufel ist das ganze Tiberium! Nord muss es abgebaut haben! Die Bäude einnehmen! Bereite Kontrollkurs vor! Geheimdienstdaten aktualisiert! Haltet die Stellung, Soldaten! Ah! Irgendwie so gut! Einheit befördert! Bonus-Ziel erreicht! Raketentrupp einsatzbereit! Raketentrupp einsatzbereit! Unsere Basis wird angegriffen! Ey! Mit Einswerk ist das nicht so wild! Trouper sind einsatzbereit! Los, Jungs! Einheit wird angegriffen! Unsere Befehle? Äh... Wiederhinein Kaste... Ja! Wohl! Ich regle das! Trouper sind einsatzbereit! Wenn wir ultra viele auf einer Stelle haben! Einheit besorgt! Kann das nicht krass werden! Kann! Was brauchen Sie? Auf geht's Trooper! Auf fünf Stück? Ja komm, fünf Stück reichen! Und ab! Muss nur warten, bis das abgeklungen ist! Trouper sind einsatzbereit! Komplett! Trouper sind einsatzbereit! Jetzt nehme ich ihm auch noch eine Veterankiste und ich glaube, das ist auch noch einer... Trouper stehen bereit! Kleinigkeit! Einheit befördert! Auf geht's Trooper! Ah, verdammt! Feindliche Einheiten in sich! Dann wollen wir mal! Okay, ich glaube, das muss ich leicht anders machen! Oder wohl, nee, die haben alle bekommen! Ja! Noch doof! Ich regle das! Infanterietrupp! Ausschwärmen! Trooper sind einsatzbereit! Abs leicht, falsch gesehen, interpretiert! Und ab! Trooper sind einsatzbereit! Äh, hier kommt man nach oben hin! Ach, verdammt! Ja, alles unter Kontrolle! Das ist jetzt doof! Du kommst auch mal da hin! Wir sind hier! Vorwärts! Trooper sind einsatzbereit! Klopp! Los, Jungs! Einheit wird angegriffen! Einheit wird angegriffen! Und das ganz noch einmal! Kleinigkeit! Verstanden! Und zwar dann da! Da habe ich fünf Stück auf... Au! Trooper sind einsatzbereit! Helden! Stufe! Vorwärts! Trooper! Ihr könnt ruhig mit da nach oben kommen! Auf geht's, Trooper! Trooper sind einsatzbereit! Kleinigkeit! Einheit befördert! Verstanden! Jawohl! Zeit zu gehen! Und das könnte sehr schmerzhaft werden! Nicht für mich, für die! Was brauchen wir? Ich meine, man kann theoretisch, in Anführungszeichen, endlos lange warten! Und man könnte so viele, also ein Trooper auf, äh, Heldenstufe haben! Trooper! Trooper sind einsatzbereit! Trooper sind einsatzbereit! Was einfach nur Brutales dann! Unterwegs! Geheimdienstdaten aktualisiert! Trooper sind einsatzbereit! Was brauchen Sie? Einfach weil seitdem so stacken können dadurch! Einheit befördert! Okay, jede Einheit kann theoretisch... Trooper sind einsatzbereit! Stacken! Einsatzziele! Fahrzeuge sind am schwersten, aber jede Infanterie kann nachdem... Trooper sind einsatzbereit! Weil die haben keine Kollisionen zueinander! Auf geht's, Trooper! Los Jungs! Das ist keine Chemiemaßnahmen! Ja, wenn man nachdem so das macht... Feuer frei! Nagelt sie fest! Kichelstützung in sich! Einheit wird angegriffen! Einheit verloren! So dämlich, dass die hier vorne landen! Entweder hier landen, oder den Trigger, den, äh, viele weiter draußen haben! Trooper stehen bereit! Habt ihr noch nicht geruhigt! Einheit befördert! Einsatzziele! Das war doch nur... Pippippippippipp brutal! War da schon alles? Kommt doch nächstes Mal mit mehr Leuten! Bei manchen Mission würde ich mir wünschen, dass es einen brutalen Schwierigkeitsgrad geben würde! Dass du erst das Ganze einfach nochmal ein bisschen mehr aufpeppt! So wie es Firestorm teilweise gemacht hat, das war echt heftig! Die Anlage, die Sie in Kasabat eingenommen haben, brachte uns viele wichtige Informationen! Unglücklicherweise ist die Lage schlimmer als befürchtet! Nod baut an einer Tiberium-Waffe! Dr. Giroux von G-Tech leitet das Analystenteam! Doktor, was können Sie uns darüber sagen? Nod steht vor dem Einsatz einer Waffe mit Flüssigtiberium! So viel steht fest! Unsere Daten sind allerdings noch vorläufig, aber wir befürchten, dass Flüssigtiberium eine Sprengkraft hat, die vermutlich zehnmal größer ist, als die einer Aurora-Waffe mit 200 Megatonnen! Nun, mit dem richtigen Katalysator entsteht bei einer solchen Explosion auch eine sich-selbst-erhaltende exotherme Reaktion! Sie meinen eine Kettenreaktion? Ja, genau! Jede unmittelbare Tiberium-Ablagerung, ob flüssig oder kristallin, würde wohl sofort detonieren! Mein Gott, in einer gelben Zone könnten das Tausende und Tausende von Hektar sein! Danke, Doktor, wir hören voneinander! Damit ändert sich alles! Commander, sichern Sie diese Flüssigtiberium-Waffe, bevor Nod sie benutzt! Das hat für uns alleroberste Priorität! Schalten Sie sofort den Hafen von Alexandria aus, sonst verschiffen Sie von dort Waffenteile aus Ägypten! Wenn Sie dieses Problem gelöst haben, konzentrieren Sie sich auf Kairo! Ja, wird kein Problem sein! Aber gut, das war's bei der Folge! Vielen Dank, dass du so sinnvoll hast, euch der Part gefallen hat, lasst noch ein Like da! Und wir hören uns bei Alexandria in der nächsten Folge wieder! Bis dahin, shiriu! Bis dahin, shiriu! Bis dahin, shiriu! Bis dahin, shiriu! Not все bist du Zindes, bis dahin, uns zumonessehen! Untertitelung. BR 2018